The House of Da Vinci 3 Die aktuelle Mietwohnung von Leonardo Da Vinci 3 Jahre sind vergangen seit wir hier mit ihm zu tun hatten in diesem Test im Kloster und das hier ist der Borgia und wir lesen mal Es ist mein drittes Jahr in den Diensten von Leonardo Da Vinci, nachdem er das Fresco in der Santa Maria delle Grazie fertiggestellt hatte, verlagerte der Meister seine Werkstatt in den Palast Corte Vecchia nahe der Kathedrale von Mailand Es ist ein älteres, aber ausladendes Gebäude mit einer Anzahl von Ateliers und Werkstätten Darin arbeitet Leonardo an verschiedenen Kunstwerken, Erfindungen und auch an einigen Aufträgen Ich gebe mein Bestes, um ein hilfreicher Geselle zu sein und so viel von seinem Wissen zu lernen, wie ich kann Die Arbeit beschäftigte mich und ich hatte keine Zeit darüber nachzudenken, warum ich hier bin Ich begann zu glauben, dass der Herzog mich völlig vergessen hatte Wie falsch ich doch lag Heute Morgen habe ich Borgia mit Leonardo im Hinterhof in einer hitzigen Diskussion gesehen Es scheint, als ob Leonardo bereits für ihn arbeitet Das bedeutet, ich muss aus einem anderen Grund hier sein Ich fürchte, dass Borgia ebenfalls hier ist, um einen Tribut einzufordern Und ich habe nichts, das ich ihm geben könnte Nachdem ich in die Werkstatt kam, gab mir der Meister eine seltsame Aufgabe Er war gebeten worden, einen eigenartigen Schrank von einem unbekannten Ehrenmann zu untersuchen Und ich sollte herausfinden, was ich darin befand Auch wenn der Meister versuchte, es zu verbergen, kann dieser Edelmann nur Césare Borgia sein Und der Schrank war nur ein Vorwand für den Besuch von Césare Borgia bei Leonardo Das machte mich nachdenklich Während der Diskussion am Morgen verlangte Borgia etwas von Leonardo Etwas, das schon lange fertiggestellt sein sollte Also bestimmt nicht diesen Schrank Okay Haben wir hier außer dem Schrank noch irgendwas? Ein Bottich? Ein Schleifstein? Laschen? Ein Kelch? Nein, es ist nicht Gothic, auch wenn hier ein Goldpokal rumsteht Oder ein Silberpokal Da ist auch irgendwas Da ist eine Tür, hier ist ein Tor Ein sehr unbekremer Stuhl Und oben haben wir eine Leiter und so Und eine alte Tür Und wir kommen hier auch nicht raus Also wir haben wirklich nur diesen Kasten Da ist irgendwer ein kleiner Nippel Nippel, was ist hier? Rot, grün, gelb, blau Drinnen ist irgendwas Buntes Was ist da? Der Mond sieht anders aus Ich kann nichts bewegen Ich würde gerne mal unten Mir die ganzen unteren Teile des Schranks anschauen Aber irgendwie geht das nicht Da ist was Also Die Vögel Das ist ein Blumen Können da hoch So Dann bekommen wir ein gezacktes Band Hier irgendwas hoch Vielleicht irgendwas drauf Arabisch oder so Jetzt sind zwei dieser Marken Oder dieser grünen Glassteine Weggeklappt Und geben mir Einen Vogelkopf Einen eingeklappten Phönixkopf Tatsächlich Kann man nicht auch ausklappen Wenn man einfach hier unten Irgendwas drückt und zieht So Phönixkopf, genau Wusste ich's noch Ich muss ja den Kamm drehen So Aha Äh Du bist leer Was haben wir da? Dein Korpus Nee, das ist ein Wärtiger Krieger Priester Vollständiger Kopf Einer Figur Kopf mit Schraube So, so Also das Ding hat unten So ein Ja Metallstift Im weitesten Sinne Das hat unten einen Haken Im weitesten Sinne Was ist das denn hier oben? Ja gut, bei dir kann ich nichts anfangen Das kann man irgendwie nach oben schieben Aber da passt ja nichts davon drauf Die andere Ecke kann ich mir gar nicht anschauen Ich kann mir nur diese besondere Ecke anschauen Hier Haben wir jetzt was gedreht Da oben Das wird nichts bedeuten Dass da so ein Schlitz ist Achso, dieses Teil haben wir noch Natürlich Was ist das? Gezacktes Band Warte mal Wir waren Ach, hier haben wir es gemacht Und hier Können wir es draufstecken Bestimmt Genau Und was tut das jetzt? Das Ding Rot Hä? Rot Grün Gelb Blau Von außen nach innen Außen rot Dann grün Dann gelb Dann blau Ja Von außen nach innen Was ist das? Aha Okay Okay Ich kann die vier Farbfächer bewegen Und ich kann die jetzt Hier anordnen Zu Einem Kreis Aber woher weiß ich Welcher Quadrant Wie gefärbt sein muss? Die Dinger selber machen nichts Also das Naja, also da muss blau Und da muss gelb hin Irgendwie Nee, das nicht Nee, das auch nicht So Und jetzt Das war falsch Ja Auch war das falsch Ich muss auch einen logischen Grund dafür geben Dass das falsch ist Also blau ist am tiefsten drin Ist am weitesten hinten Deswegen ist der blaue Kreis Der innere Ist ja so eine Art Röhre In die wir reingucken Auch wenn man das schlecht sehen kann Weil ich die Kamera nicht kippen kann Ach warum Was ist denn da Zu sehen Links ist eine Eule zu sehen Richtig Ah Das muss hier Hier reinfahren Okay Ich verstehe Okay Das heißt Das muss so sein Die Nadeln müssen hier In diese runden Fassungen reinfahren Mit ihrem Knopf Den sie an der Spitze haben Oder was auch immer das da ist Hallo Phönix Du hast schon bessere Tage gesehen Da ist eine Eule Da auch Du kannst deine Deinen Schwanz aufstellen Und deine Flügel spreizen Er hat gewitscht Ja Hä Moment Hatten wir nicht hier Irgendwelche hervorgehobenen Symbole Genau Die Schlange Die Eule Was ist denn das hier Ist das ein liegender Löwe Ich weiß es nicht Und oben ist Irgendwas Schlange Ist das jetzt Rätselzlösung Hier haben wir die Schlange Ich habe zwei Ohren Naja Ist das die Eule Das ist keine Eule Auch nicht in jungen Jahren Das ist ein Pinguin Nein Okay Also ich muss nicht Die Symbole nachstellen Das Symbol Aber das 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 Die weißen Symbole Haben wir alle richtig Moment mal Wir haben oben Wir haben drei Ringe Die wir eins Achso Natürlich Der rote Ring Sind die roten Symbole Und wir haben hier Und wir haben hier eins Zwei Das hier wohl nicht Drei Vier Vier mal drei Gleich zwölf Symbole Die nicht rot sind Die nicht rot sind Die nicht roten Symbole Die nicht roten Symbole Und die vier roten Symbole Ja Okay Das hat was damit zu tun Aber Aber Wobei Wobei man mit Nähe oder Aber was soll ich da jetzt einstellen Ich kann drei Symbole Also wir haben diese komische Spirale Den Topf Die Schlange mit Ohren Und den Adler Die Schlange mit Ohren Macht mich fertig Die Schlange mit Ohren Schlange mit Ohren Spirale Adler Und was war es noch Der Topf Die stehen jetzt irgendwie nicht in Zusammenhang Bisschen so wild verstreut Das ist ein rotes Ein grünes Ein gelbes Ein blaues Symbol Das war zu erwarten Ich stehe auf dem Schlauch Was willst du Ich habe Wer fehlt der Hinweis Die Logik Da kann man nichts machen Den Turbankopf Der hatten wir nicht los im Moment Eule Das ist die Eule Sollen wir diese drei Sachen einstellen Adler Teller Und Küken Oder was Küken Adler Teller Das war nicht ganz so leicht So Jetzt hast du hier Das hoch gemacht Und jetzt ist das nächste Dieses Ding Genau Na ja Das abgestürzte Also Der Schnürsenkel Die Wellenlinie Und der Topf Schnürsenkel Wellenlinie Schnürsenkel Topf Jetzt kommt die Schlange Die Schlange Da Gleichheitszeichen Irgendwas Und die Schlange Mit Ohren Reichheitszeichen Irgendwas Schlange mit Ohren Und schließlich Das was wir noch nicht hatten Das ist dann hier Die Spirale Dieses Ding Und dieses Ding Aha Jetzt drehst du dich weg Willst du ein Ei legen? Okay Gut Na das war alles noch machbar Achso Das Rohr ist hochgekommen Hier guckt mal Ne Ist der Auspuff Das Rohr ist hochkommen Das habe ich gar nicht gesehen Das ist so Ist das auf der anderen Seite auch Ne nur nach hinten Das war doch vorher nicht da richtig Gut Das hier ist Der Kopf Also der Körper Von diesem Typen Mach mal dir die Dir die Brust zu Und pickel dir die Arme an Und kriegen was? Einen Mondschlüssel Einen Mondschlüssel Da kommt der ja oben wieder in den Sinn Hast du hier Ah ja Oder? Das ist ein Mond Die Frage ist Was davon ist das Was man Äh Also was ist der Griff Und was ist der Schlüssel Bart Oder so ähnlich Im Moment glaube ich ja Dass der Mond hier eingesetzt werden muss Ja genau so Richtig Ah da kann man hier Diese Kugel befreien Gegenstand Kugel Bist du eine Kugel Oder bist du eigentlich ein Würfel? Sie scheint rundherum Keine Auffälligkeiten zu haben Es ist eine Kugel Da muss man die Kugel Bestimmt hier reinwerfen Und dann haben wir hier einen Drachen Zwei Drachen Ei Ich werde überfordert Na komm Äh Es ist schwer zu greifen So Ihr müsst Feuer auf diese Platten speien Kann das sein? Hä? Da ist was drin Achso Das Äh Das ist jetzt weg Hallo Achso So Jetzt ist es so Wie es sein soll Oder nicht Was muss ich denn da machen? Weiß ich nicht Was ist da? Da ist nichts mehr Andere Seite Oh Das ist klein Wo kann ich was Kann ich was rein tun? Im Moment kann ich ja gar nichts machen Bewegt sich nichts Kann nichts aufsammeln Gegenstand gefunden Filiole mit unbekannter Flüssigkeit Aha Naja Es spricht ja einiges dafür Diese Flüssigkeiten miteinander reagieren zu lassen Vielleicht die man einfach diese Flasche umgestürzt Da oben rein tut Genauso Ach das Das Röhrchen Röhrchen war noch leer Ne war nicht leer Ach es läuft da rein Moment mal Was dreht sich hier? Ich will es von außen sehen Da ist ein Loch Wo will ich das Loch haben? Da um den Knopf mit einem Dorn rauszuholen Ja das war auch mein Ziel Der sieht sehr viel größer aus als er ist Knopf mit einem Dorn Oh was ist das jetzt hier? Da muss der Dorn rein Richtig? Das ist falsch Oh gut der Dorn ist auch mehr oder weniger achteckig Das da oben hat irgendeine andere Form Okay das stimmt Dann musst du da nicht rein Dann muss der Knopf mit einem Dorn Vielleicht Die Dachenschnauze Hier jetzt wieder Da rein Ja Äh Da Hütchenspiel Ich muss befassen Eine rote Murmel Okay Ja Achso Muss ich die jetzt da rein tun? Ne Was muss ich mit der Murmel machen? Ich muss jetzt das nächste spielen Okay Konzentration Da Ja Es wird komplizierter Was ist wenn ich es falsch mache? Da wird die Murmel pulverisiert Gelbe Murmel Okay Äh Es war erst hier Dann war es da Jetzt ist das Die Mitte die Lösung Wetten? Ich hab's verloren Was ist das gemein? Da wird die Murmel einfach weggeschüttet Habt ihr das gerade noch verfolgen können? Also ich konnte es nicht Das war zu schnell Ich würde sagen hier Ah Grüne Murmel So Und das gibt mir Einen Kamm Einen Schraubenzieher Den muss ich mir näher anschauen Das ist einfach nur ein Schraubenzieher Tatsächlich Aber keine geheimen Fächer Gut Der muss auch sehr klein sein Guck mal wie klein das alles ist Das muss ein Mini Schraubenzieher sein Das heißt Wir Müssen den jetzt wahrscheinlich da oben reinstecken Oder so Ja Da können wir irgendwie Die Dinger aufmachen Dann werfen wir die Murmeln da rein Ist egal welche wohin Sie macht das Grün Das Gelb Das Rot Das ist so ein Kontrollfenster Was gelöst Sicherungsschraube Es ist nicht mehr gesichert Ist der drüber auch? Nee Wie sieht die aus? Die passt aber hier rein Richtig? Das ist richtig Wie geht's dir, Giacomo? Well I see you are on the right path Jetzt muss ich etwas in der oberen Werkstatt erledigen. Also, du fortschritt hier. Ich erwarte, dass ich heute den Kabinettsmechanismus in all ihrer Schönheit sehe. Was machst du da? Licht? Du machst hier Licht, weil ich dann auch die Treppe hoch kann, oder was? Wenn man irgendwo Licht angemacht bekommt, kann man dann lang gehen meistens. Oh. So, das haben wir gelesen. Jetzt geht es weiter hier. Das würde die geistige Abwesenheit des Meisters erklären. Zu jeder anderen Zeit würde er diesen Schrank gerne und interessiert selbst untersuchen. Heute arbeite ich hier in dieser Werkstatt, welche einen Raum im Obergeschoss hat. Niemand außer dem Meister hat dort Zutritt und er verbringt dort noch spät viel seiner freien Zeit. Dort hineinzukommen und herauszufinden, an was er dort so intensiv arbeitet, das wäre etwas. Ich hätte etwas für Borgia und würde ihn für immer loswerden. Hoffentlich. So, das hier haben wir irgendwie nochmal abgepaust. Wieder einmal bestätigte sich, dass Leonardos Gedanken bei etwas wirklich Wichtigem sind. Er kommentiert nur kurz meinen Fortschritt an dem Schrank und ging dann nach oben. Meine Vermutung war richtig. Der Grund, warum wir heute hier sind, ist, dass der Meister sich in seinem Arbeitszimmer wie an mehreren vergangenen Abenden der Arbeit an seiner geheimen Erfindung widmen kann. Aber jetzt muss ich mich auf meine eigene Aufgabe konzentrieren und herausfinden, was in diesem außergewöhnlichen Schrank versteckt ist. Es sieht für mich immer mehr nach einer hochentwickelten Maschine aus, deren Zweck ich noch nicht verstehe. Ja. Jetzt ist der eine Drachenkopf abgeknickt und zwar, weil er was im Maul hatte. Teil 1 Mechanismus. Hallo, kleiner Mann. So sieht er aus. Ah, er hat so eine Kerbe. Okay. So, und das andere Drachenmaul, das ist alles nicht mehr wichtig hier oben, oder was? Nee. Wir haben vier Trichter hier. Wir haben auch zwei kleine. Diese sind zu. Was ist das? Halt, Moment. Aha. Okay, kann man das da dran machen? Und den kleinen Mann befreien. Au, Backe. Was muss ich erreichen? Dass alle Löcher hell sind? Also alle Löcher was zeigen oder das bestimmte was zeigen oder dass alle leer sind? Also Schwarz. Das kann ich gar nicht bewegen. Doch, kann ich. Ich habe noch keine Idee, was ich da einstellen soll. Sag du mir was. Hier fehlt die Feder vom Turban. Da ist eine Akten-Tasche dabei. Hier ist irgendwie ein rotes Teil. Oh. Ich habe jetzt hier hinten was umgekippt. Und das ist das Resultat. Ja. Wegschieben das Ganze. Ich sage doch, ich weiß noch gar nicht, was ich einstellen muss. Sagittarius-Scheibe der Schütze. Sagittarius. Richtig. Das kann man bestimmt auf das Ding draufschieben und dann wissen wir, was wir einstellen müssen. Das sieht so komisch aus. Ich kann das kaum richtig sehen. Also ich kann das hier drehen. Das hier nicht. Das auch nicht. Das kann ich drehen. Die Scheibe nicht. Und ansonsten hier gar nichts. Das erscheint mir relativ richtig zu sein. Die Löcher hier draußen sind ja auch noch von Bedeutung. Ich gucke gerade hier auf diesen Schweif. Da kann ich ja immer mit gar keinen Stern gehen. Da fehlt noch einer. Aber das ist zu gut, um es wegzunehmen. Und das andere? Ein Buch? Ja. Doch. Ein Schrank. Mit einem Messinggriff. ja und ich komme nicht näher ran kann damit nichts machen der mäßig gefahrt fliege als eine schleife als abdruck da habe ich bisher nirgendwo gesehen scheitern was zu machen zu sein aber ich weiß nicht was hast du so ein ding parat irgendwo oder brauchen wir das hier um das ding muss ja auch noch umgeklappt werden bestimmt auf der rechten seite das kann man aber auch nicht einfach runter drücken das da oder fast nicht da oben rein richtig aber wo dann also an ihm fällt mir nichts auf ach das ist neu das aber bearbeitet dass er aber nicht da schon mal einer an ok jetzt muss noch mal hier gucken das ist die lösung wahrscheinlich also drei koordinaten und sie zeigen ja wo zeigen sie drauf hier oben so eine amöbe das kenne ich alles gar nicht was soll das sein ich erkenne nichts wieder da ist die amöbe das heißt irgendwie nirgendwo mal ah Moment, wir sind auch in der Nähe. Wo muss das drauf zeigen? Auf diese komische Insel oder was auch immer es sein soll? Auf die da. Das rutscht immer von alleine weg davon. Das rastet nicht ein. Seltsam. Ist das richtig gelesen? Ich kann hieran nichts ändern. Das muss das Ziel sein. Und ich kann hier. Ah, ich kann das auch verschieben. Das ist doch quasi richtig, oder? Ah, jetzt. Man muss es ganz genau machen. Was bist du für ein Griff? Ein Holzpinsel. Ja, erst mal eine Pinsel angucken. Der hat einen Holzdorn vorn. Oder was hat der da? Kann ich irgendwie drehen? Nee, du bist zu klein. Zu filigran. Also ein Pinsel, der vorn, aber keine Haare hat, sondern einen Holzdorn. Und du bist aufgegangen. Dich soll ich ziehen? Aha. Darauf habe ich gewartet. Irgendwie. Tut dir nicht weh? Und die nächsten beiden Pfosten. Ach, Herr Emeni. Also, ich sehe gerade, dass wir hier schon wieder ganz viel Zeit verbracht haben. Oder? Na, ein bisschen geht noch. Dann machen wir noch ein bisschen weiter. Aber nicht mehr lange. Was bist denn du? Du bist ein Dolch. Ganz offensichtlich. Aha. Da hast du irgendwelche Scharniere oder so? Aha. Eine Flöte? Ein Teil einer Flöte. Oh. Nochmal? Es hat Spaß gemacht. Ach, hier. Spaß gemacht. Ein kleiner Schlüssel. Nochmal? Es hat Spaß gemacht. Nein, schade. Ein Kleinschlüssel und ein Teil einer Flöte. Oh, hier ist noch so ein Dolch. Der Schlüssel passt dann wohl hier. Was machst du denn tu? Tränenförmiger Stein. Wo hast du denn da hinten gesteckt oder was? Naja, egal. Achtung, hier. Stein. Und der zweite Teil einer Flöte. Aber diesmal... Ohne irgendwas, was ich noch verschieben kann. Ja, das ist nur so ein Effekt da hinten. Was bist du für ein Teil? Du hast hinten so ein... Zwei senkrechte, eine waagerechte. Aha. Lass mich raten, die Flöte kann man natürlich zusammensetzen. Ja. Vollständige Flöte. Mhm. Das ist auch zugegangen. So. Wem soll ich die Flötentöne beibringen? Hier vorne ist noch nichts passiert. Ähm. Ah ja, das ist dein Turban-Dings hier. Oh, es wird ja immer kleiner. Ach, du neigst dir in den Kopf, weil du jetzt hier irgendwie was schreibst oder so ähnlich. Und dabei geht dann hier hinten irgendwie die Kappe auf. Wo ich wohl was machen muss. Da kann man vielleicht eine Flöte einsetzen. Das sieht so aus. Genau. So. Aha. Bringt nichts. Die Flöte muss gespielt werden in irgendeiner Form. Aber mir ist nicht klar, wie. Ach so. Natürlich. Es hat Hüße. Oh, der steht auf einem Teppich. Der Teppich passt nicht zur Rest der Einrichtung. Will es rumkicken, bringt manchmal Dinge. Eine Schiene. Eine Schiene. Das ist eine Art Elefant. Da hinten ist der Hinterteil. Das Hinterteil. Hier muss ich was draufsetzen, was ich nicht habe. Das wird alles da nicht passen. Die Schiene muss da drauf. Dann kann das rüber und macht den Deckel auf. Und dann finden wir da. Oh, ein Rätsel. Ein Rätsel. Ähm. Ach so. Was muss ich denn einstellen? Wir haben hier einen Teil da. Also 1, 2, 3, 4, 5. 2, 2, 2, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10. Aha. Dieses Teil hier. Das bewegt sich an dieser Schiene, die ja im Hintergrund ist. Also der Bogen hier im Hintergrund, der drückt jetzt, wenn ich jetzt so drehe, dieses Ding nach oben. Und dann saust die da unten. Ach, geht so nicht. Was muss ich denn hier machen? Immer zwei davon werden gedreht. Jetzt wäre es sinnvoll, diese beiden grünen da mal zu drehen. Richtig? Richtig. Wenn wir dieses orange Bild machen wollen. Das heißt, wir müssen das Ding irgendwie ein bisschen runterfahren. Wo gibt es die Möglichkeit, dass du bleibst? Da. Jetzt passt das alles nicht. Jetzt passt das alles nicht, habe ich gesagt. Wir stellen das orange Bild ein. Wir müssen noch tiefer runter. Wie soll das gehen? Ah, hier geht das. Ein bisschen wild rumklicken. Jetzt ist er richtig. Ein Vogel, ein Reiher oder sowas. Hallo, dir fährt der Rüssel. Dafür kann ich dir aber hier oben irgendwas an der Stirn manipulieren. Ne, kann ich nicht. Ach doch, hier. Haha, wie ich sowas immer messerscharf schließe. Ähm, und jetzt? Ah, Moment. Ich kann jetzt hier. Das. Ach so, das war nur die Verriegelung. Ich kann hier die Stoßzähne runterleiern. Hallo? So. Und dann kann das weg. Und da kommt der Rüssel. Und der ist toll. Haha, das ist wie geil. Guckt's euch an. Rad. Haben wir gesehen. Es dreht sich. Hat eine kleine quadroförmige Narbe. Und die scheint irgendwie gleich zu sein. Und an der Seite ist es so zwei Rillen. Das spricht dafür, dass wir vielleicht... Äh, warte mal hier. Äh, doch nicht. Hier ist aber was zum Schienen. Ach nee, das haben wir ja vorne weggeschoben. Richtig. Hier, da kommt das Rad rein. Da kann man da was drehen. Da kommst du raus. Bist du eine Kurbel? Ach ja, da war ja noch was. Irgendwie geht alles kaputt, oder? Da war. anche wenn man das nicht steht, Hm. Gute Arbeit, Giacomo. Wie ich vorher gesagt habe, nichts Gefährliches. Es sieht aus wie eine Art Mechanismus eines Uhrwerks, auf dem der türkische Seefahrer, warum auch immer, die Entdeckung in seiner Reise dargestellt hat. Sein Landsmann muss den Einfallsreichtum, das Können und die Sorgfalt bewundert haben, die zum Aufbau eines solchen Mechanismus erforderlich ist oder sind. Es ist sicherlich ein wunderschönes Geschenk. Ich bin sicher, dass unser Kunde sehr glücklich sein wird. Es ist ein langer Tag. Ich gehe in meine Kunde, um zu liegen. Du, Giacomo, schau die Werkstatt ab. Wenn du fertig bist, geh und restet auch. Jetzt ist es an der Zeit für mich herauszufinden, was der Meister in seinem geheimen Studierzimmer macht. Aber wollen wir nicht erstmal das da lesen? Geschätzter Herzog von Valencia, Cesare Borgia, Geschichten eures Witzes und scharfen Verstandes reichen weit über die Grenzen eures Landes hinaus. Der Beweis für ihre Richtigkeit ist die Tatsache, dass ihr die in dieser Uhr verborgenen Rätsel lösen konntet. Ich, Haji Ahmed Muhyiddin Piri, habe sie auf meinen Reisen entdeckt und schenke sie euch jetzt. Sie wurde vor mehr als 200 Jahren von dem großen Denker Ismail Al-Jazari entworfen und gebaut, um den Nutzen der kulturellen Vielfalt zu demonstrieren. Ich glaube, dass diese geniale Maschine ein Fenster der Weisheit und des Wissens sein wird, das durch diese erleuchtete Ära der Vernunft gebracht wird. Die Maschine wurde durch rigorose Forschung der Entdeckungen der größten Weisen, hauptsächlich aus allen sardinischen und muslimischen Ländern, erfunden und symbolisiert mit ihrer Darstellung Ägypten, Arabien, Indien, Persien und das ferne Asien. Bitte akzeptiert, auch diese Weltkarte. Ein seltenes Geschenk, das ich selbst gemacht und in die Uhr implantiert habe. Assalamu alaikum, Haji Ahmed Muhyiddin Piri. Aha, die berühmte Seekarte des Herrn Piri, die gibt es wirklich. Ich glaube, das Problem ist, dass er da irgendwie ziemlich genau die Grenzen der Antarktis eingeseitigt hat und zwar sehr, 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 sehr viel lange, bevor man die überhaupt offiziell wusste oder weiß bis heute nicht, wie er das wissen konnte. Irgendwie so. Okay. Drauf wird es dunkel und meine Arbeit ist getan. Im Schrank war ein wunderschönes Uhrwerk versteckt. Sogar Leonardo selbst musste die Kunst und Subtilität, mit der es gemacht wurde, anerkennen. Der Schrank selbst bestätigte mich in meiner Vermutung. Der Ehrenmann war tatsächlich César Borgia. Der Meister ist für heute fertig, also ließ er mich allein in der Werkstatt zurück. Ich überlege, wie ich durch die verschlossene Tür das Arbeitszimmer des Meisters gelangen soll und bereue es sofort, überhaupt darüber nachzudenken. Ich fühle mich wie ein Dieb, der sich auf einen schändlichen Überfall vorbereitet. Aber die Vorstellung, dass Borgia herumsteigt, treibt mich an herauszufinden, woran Leonardo wirklich arbeitet. So. Da ist so eine Kugel reingefallen, aber der andere Drache, der macht da auch noch was. Der da. Warte, 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 ja, 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 okay. So, aber jetzt. Jetzt ist hier Schluss. Wir machen weiter mit der Treppe und allem, was da oben ist und alle möglichen anderen Dinge. Wir sollen ja auch aufräumen. Im nächsten Teil. Bis dahin. Bis dahin.